Moin Freunde und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends mit Kayn im Jungle, Kay im Jungle. Wir wollen mal probieren Assassin's Kayn zu spielen. Assassin's Kayn vs. Böller. Ob er, ob jemand im Jungle johann gespielt, joh. Wollen wir mal ein bisschen gucken. Weil ja, manche sagen, ja, pass auf, joh. Fang bei Rahman. Manche sagen, fang beim Wet an. Manche sagen, fang beim Blue an. Egal, wo du bist, fang beim Wet an. Wir gucken mal, wie er so ist allgemein. So, erst gehen wir Kuchen, dann erst mal die E-Den. Guck mal jetzt so lang. Haben wir Blue, dann sind wir da lang. Wollen wir jetzt mal drei nachher kommen, nach dem Grob. Gehen wir hoch zur Top-Lebversuchung da zu Gang gehen. Wir versuchen Assassin's Creed zu werden. Assassin's Creed zu werden. Wir können permanent Spells rausgeklopfen. Das geht nicht mehr bis nach Ugandau, Karastan, Mexiko all zusammen. Denkst du echt, du hast ganz Europa bei dir. Obwohl Mexiko und Uganda liegt. Ist völlig egal. Ist völlig egal. Klatschen, ein Grompier noch weg. Badouz, Malabeen. Okay, wir können Pater noch nicht helfen. Ich liebe an der Jungen. Okay, okay. Das könnte Aua werden. Darum lass uns mal die, werde ich gesagt. Okay, lass uns mal die Top-Lebversuchung. Hier ist Lowlife, hier ist Lowlife. Das ist ein Lowlife. Das ist ein Lowlife. Vor allem, ich verpackte es gerade raus, Kamle. Das ist okay bei der nächsten Patch, die Ult, die macht extrem wenig Schaden. Das ist leider wirklich so. Okay, er will die ganze Zeit fighten, er will die ganze Zeit fighten. Okay, es geht schon super los. Botlink klingt auch mega auf den Sack. Komm wir jetzt hin. Komm. Oh, Sun ist ja tausend, ey. Komm. Okay, okay. Draven Mitte, ich bin ja Draven Mitte, WTF. Okay. Draven Mitte, was ist das für Bullshit? Ich bin ja, komm gleich, lass uns grad machen. Chill mal dein Leben, joh. Einfach ein bisschen safe spielen. Einfach ein bisschen safe spielen. Ein bisschen safe spielen. rein kloppen, ja. So, jetzt ist er weg. Geht nicht allein rein gegangen. Oh, das ist wirklich geil. Ja. Warum gehst du da rein, du bist viel zu spät rein gegangen. Ja. Akali ist viel zu spät rein gegangen. Viel zu spät. Sagt ja, rein, rein, rein. Jetzt geben wir rein, verkackt sie es wieder. Und da steht's. My bad. My bad. Alter. Sowas hört sich schlagen, sowas hört sich schlagen, ehrlich. Aber es ist okay, wir regen uns nicht auf. Wir wollen stay cool, ja. Wir wollen stay cool, haben nach. Nee. Du brauchst Level 6. Du Aven hat seinen League of the Aven Band gerade, mein Junge. Hättet ihr uns Level 6 gehabt, wäre easy entkommen, easy die. Aber nein, das ist ja völlig irrelevant, ne. Okay. Okay, okay, okay. Wir machen erstmal ein bisschen hier noch. Bisschen die Raben. Ich bin ein Kayn und hier ist er entlang. Und das wird Kayn echt kranken Jungle Kayn Speed. Alter, was ist ne Botlay los? Das ist immer so cool gerade, was abgeht. Alter, echt steht 06, überleg mal. Wie wird's nicht später aus dem Leben böllern? Das geht auch gar nicht. Leute, Alltech. Wir kommen. Oh mein Gott. Alter. Der haut mir die Puppert weg. Der Knopf mir richtig die Puppert weg. Wir stehen 3-0. So, wir fassen zusammen. Botlay ist komplett rein. Mit Lane sieht auch nicht ganz ruhig aus. Und Toplay sieht auch nicht ruhig aus. Das heißt, wir müssen Carry mit 0,2. Wie ist das 0,2 zustande gekommen? Lass uns überlegen. Toplane. Okay. Aber Kayn totkassiert. Mit Lane. Totkassiert. Weil er kann nicht reagieren, der Typ braucht unbedingt. Alter, hör auf zu Spam. Hör auf zu Spam. Ab da. Run, Alter, mach es nicht. Der ist schon Level 7. Nee, Junge. Na komm. Oh, das gibt's nicht. Das gibts nicht. Ich komm hier ran, oder? dafür nein nein da wie alter ist damit nicht richtig ich möchte wegen sowas wegen solchen typen bin ich selber hier gelandet wegen sowas verlieren was welch übrigens dann sind wir zurück in der altbekannten 5 kluft das ist völlig egal es kann nicht so schwer sein wir haben elf hat der topley scheiß op champions der tanki ist faktisch eigentlich doch gar kein tag baut der wirkliche tank wo kennt muss das erste bauter beserven die keine einzige rüstungseite kein einziges rüstungseite der kreuzig top lenken geht nicht aber jetzt ob er jetzt wirklich trinkt ihr nach und kommt oder die zappen aus wir kriegen sich gerade kriegen sie kraft wunderbar gleich sechs sekunden schimmer oh hilfe gleich oh mein gott okay okay aber den haben wir ich werde auch noch mein gott nein der kriege nicht mehr unmöglich oder spiel ist tot ein spiel ist tot ein spiel ist gut klein weil wir wissen warum willst du bin alter alter der mütze wer steht einfach mal 40 man das gibt es nicht deine promo zu silbert bolzenholz 5 oder was alter spiel einfach besser spiel einfach besser richtig ausbilden alles richtig sparen können und nicht hier daken das heißt du bist jetzt drei minuten drei scheiß minuten warten bis er was macht können das ist eine lange zeit das war gleich zum feier weggehen werden brauchen wir bereits kurz geben für den evening macht schimmer alter mit gern meinen familien mitnehmen gern mal fahren mitnehmen das haus nicht mehr da hier brauche hilfe hilfe karl alter alter weiß akali bittet um hilfe akali bittet macht nichts die steht einfach in mexiko look my hp pink zum hilfe und sagst ja okay du hast kein einziges tank er hat eine kleine rüste gekauft eine stoffkrustung die bitte full tank guck mal hier sind alle full ad eigentlich dieses full ad full armor voll armor bauen junge du hast einfach leben leben hast du was aber nur leben ich mache immer so stelle ich bin auch 1 4 nee sag bloß sag bloß hast du aber brauchst du brauchst junge 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 was ist denn los du dein kopf ist wirklich ein reich der vier jungen okay weg weg es gibt es sich das gibt es einfach nicht so kacke das ist so kacke gerade akalibus sie ist in der base vortrag weiter geld ja schön weiter ist nicht in die 3000 er kommt kann die nix machen schön geht heute acht zehn jahre zu einer tod was der horror steht da 42 steht der akali steht die 24 aber halt ich will es nicht gerade bilde 6 0 alter das ziel ja da ist nicht wie die reingehen wie die reingehörse tote zu wir dürfen jetzt nicht aufwechseln, wir dürfen jetzt nicht aufwechseln, aber rein greenen und sagen, ey, das ist ein kill, ich möchte nicht haben, das darf ich auf keinen Fall machen, das wäre auch richtig am Arsch, wie das Slotjack hier, ok, ok, ich fahr uns eine kleine Klaut hier, da steht ein pinkwort drüber, das ist wirklich ein clear, weil wir nicht, wir können uns jetzt mal zum Essence sind, das ist gut, das sei es, laut meiner Quelle, hochpuff schneller Quelle, wurde mitgeteilt, dass du einen One-Hit machen kannst, es sind zwei Aces easy raushauen kannst, wenn du Essence und Traktor und der Cleaver und so weiter und fort, mit dieser Sache möchten wir mal gerne nachgehen und schauen, I know, bleib mal ruhig, ich bin nicht 10.000 Millionen, du schießt, oh mein Gott, 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 hello, Jhin, Jhin, voll die Fallung, im Malfight, der TP, ne, oh voll rein essen sind, gegen voll rein essen sind, oder gehen mal voll rein, ja, oh mein Gott, bitte, bitte, neue Flash, alles schön gemacht, muss ich sagen, oh Leona ist auch da, schön gebildet, schön gebildet, Draven, schön, eventuell könnt ihr uns carryen, wir brauchen ewig, bis wir rein kommen, das Game gerade reist, es geht, es geht, fahren die jetzt aus, oh, äh, vielleicht ist 22 Farben, ja, wir kommen gleich, schon noch ein bisschen, wir sind auf dem Weg zu dir, ein bisschen, habe ich gleich mir hier, öffnen, ich, gleich-, wir gehen rein, schön, damage ist es echt heftig, ne, vom SSN, heidige Scheiße, wow, let's castle leere speelt los, der ist krank, der ist einfach nur gestört der ist gestört herold wir müssen eigentlich ihre wagen weil ich denke irgendwie wäre safe rein müssen wir hier und krieg sehr voll im game sehr voll im game die frage wenn wir kriegen das ist echt alleine hier oder leid zu machen ist echt schwer oh mein gott er hat hier ja wir haben so viel herold weil wir keine wüschen haben ja keine wüschen aber ich sage, can you please place your waaats? fragezeichen oh nein scheiße ich war auch in traktas aber vor allem die tankte wie bekloppt die alte kein ding halt wir sind da spring ja komm wir sind drin in your face in your face wir brauchen hilfe wir brauchen hilfe wir brauchen hilfe wir brauchen jetzt Hilfe bei ihm oh mein gott der ist durchgegangen schön oh die runde ne oh morgen duik der versucht es auch zu 2% wieder aber wir können ja nicht contesten das Problem ne aber die können ja so easy einen scheiß berg machen wir müssen irgendwie probieren zu contesten und wer geht es in der hose oder nicht oder die machen jetzt einfach ganz schnell oh die machen die gar nicht vorbereiten die im vor vorbereiten die im vor ich bereite die auch nicht vor ich bereite die auch nicht vor ich bereite die auch nicht vor oh das ist schön hier kommt hier kommt oh ja schön es klappt es klappt es klappt ich kann sowas klappen ich brauche ihn hier ich brauche ihn hier ich brauche ihn nicht stellen lol er hat das ist dann gegen erneben what the fuck what the fuck 720 Deutsch machen wir zweiter wird danke ich brauche jetzt ein bisschen mal hier ach schönes ding schön gemacht oh ja da ist ein draven das ist nevon draven und wo ich brauche einen Buschen halt nevon mit den Buschen da ist ein draven drin nicht wahr vielleicht ist das was vielleicht nicht geht doch nicht du helfe du helfe du helfe du helfe ich hab mir ja so gut wie kein Maler na das gibt ein Problem dann wir machen jetzt mal ihn hier wir haben uns mit ihm zufrieden oh ne wies ich mal oh da ist ich wieder komm halt's durch halt's durch hält es durch er kommt rein das schilder nicht reicht nein so klaus so klaus was ist aber jetzt ja dann müssen wir aushalten näher karlis auch bloß sagt bloß ich brauche hilfe oh mein gott oh mein gott mein gott das bombeil 2 es war es ernstes todes jubels jubels bomber jubels ist mal gut dieses game von hiervon das kopien hier steckt hier komplett hoch das grüß hier so schnell unterwegs im jungle heilige scheiße heilige scheiße das ist halt jetzt richtig wir machen ja mittlerweile machen wir gut der mensch ist nicht gut ist nicht sehr sehr gut ist ja bis dato es wird unter der jungle der zerstörer zu gehen pass auf doch da muss der aufpassen ich gehe let's group und bis allein reingegangen mein gott ist er gekommen ja wir haben es die wirtschaftler ach man was gibt es nicht das ist natürlich richtig die variante also spielzeit es sind eine muss zauber etwas würde gehen die sucht auch ein fall aber der gröpfer der bau aus 16 zu 31 ich glaube ich danke besser wie es jetzt war da kommt hier raus und Aber wenn wir das Video gehen, ist wichtig. Auch schön, schönes Ding. Jetzt auf Partier weiter. Okay, nicht schaisen, nicht schaisen, nicht schaisen. Das hätte jetzt sein, wenn wir nicht sterben würden. Ich brauche einen Blue, weil ich brauche einen übelseftig Mana, mit dem Jungen hier. Soll ich da mal roten, wenn ich den brauche? Toll, du Assi. Junge. Alter, der Damage, der ist echt Zucker. Wir brauchen Vision, wir brauchen leider Vision. Ja. Wir haben keine Vision, ist das Problem. Akai hilft es wort rum. Ach man. Ja. Das ist ganz schnell weg, ganz schnell weg, okay. Das reicht doch nicht für Humus, scheiße. Das reicht doch nicht für Humus. Das reicht doch nicht für Humus. Das reicht doch nicht für Humus. Ah, uns fehlt noch... 400... Ne, 300 Gold. 400 sag ich schon, Leute. Oh, die Auerextenden gerade, ganz schön. Da geht's doch nicht für Humus. Ja, komm. Oh, Läuel. Schön. Da krieg ich mir auch noch. Komm, komm. Läuel, die Ulti. Nein. Oh, Mann. Akali kletet mir jetzt, okay. Oh, was geht denn? gestorben mann 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 wir könnten die älter rausholen das geht gar nicht das geht ja wie gar nicht transistors das ist das schutzlänge auch schutzlänge auch schutzlänge auch tanz totes es gibt es nicht alles raus hier es gibt es sich das gibt es nicht das gibt es nicht das gibt es nicht das gibt es nicht du kannst du noch so geil sein müssen 1 2 2 1 müssen 200 prozent kriegen der damage der damage echt zucker oh mein gott mein gott kommt ja noch bekommen er will schön und die fraus gemacht wir haben gemacht wir haben ich und schon raus vor allem ist er echt heftig der scherp du kriegst mit einer kombi ist es ist tot überlegt einer kombi fressen auf viel zu viel der wäsche ok muss ich hochkaufen wie alter wo ist angriffstempo wo ist es feier kennenzelligst das brauchst du als man feier kennen die blutdürste der schuhe aus die bauti caitlin es gibt es nicht was gibt es nicht das ist das echt dumme meines aus meines aus das ist echt dumm boah djinn kriegen wir allein raus und die frau ich rauch auch ja das ist ja wie er ist nicht oh mein gott oh mein gott wir dürfen nicht ist dann ich habe nicht noch machen aber noch gold kurz dreck und dann direkt hier rein ich wollte ich morgen weg machen wir nicht ganz klappt also den können wir easy rausholen einen von den beiden pantheon weiß nicht wer raus holen können was hat denn der gebaut oh der baut ist auch so easy also easy ist schon so scheiße oh der baut ist ja wir müssen rein der pantheon oh der baut raus oh man ey das game ne verkaufen und wo ist hier wo ist denn das hier wo ist denn das hier jimus da ich muss auch schon nicht um uns die ersten das hier ahhh tanz totes oh mein gott so wird es nicht so wird es nichts ja gg ist los es los alter die toppe in der mail fight 264 und der kieler und der sei zweitens bei kate es geht bis zu kackele 2 10 morgana okay freundlich okay freundlich autos zack my food okay freundes was viel spaß schon abend noch wir schauen und reingehauen